Und da ist so ein Quicktime-Event, wo du die ganze Zeit drücken sie rechts, drücken sie links und so weiter und es geht echt sowas von schnell. Ich habe an diesem Kampf, an diesem Hand-to-Hand-Kampf, wer kann schlafen? Ich bin schon im Bett. Ja, kann ich durchaus. Muss ich aber, er ist mir eine Hilde reißen. Ich habe an diesem Hand-to-Hand-Kampf, habe ich geschlagene 5 Stunden gesessen. Wahnsinn. Und war kurz davor, mir einen Cheat zu erlauben, aber er hat es dann doch geschafft irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, auf jeden Fall war er irgendwann durch. Da spiele ich so vor mich hin, ich schaffe alles bis jetzt super und dann kommt diese Outpost. Hasse ich. Wirklich. Ja, also die Outpost, du musst dir die Zeit nehmen, sie einfach zu beobachten. Rundrum schleichen, überall in gehörigem Abstand, einen guten Punkt, wo du von oben gucken kannst, suchen und alles auskunstschaften. Vor allen Dingen diese Alarmgeräte. Zerstören, glaube ich. Ich glaube, die kannst du sogar... Ja, die kannst du zerstören. Also einmal kannst du sie ja ausschalten, wenn du dich reinschleichst und an einen Rand kommst. Das ist aber teilweise... Wer schläft nicht? Ich schlaf nicht, aber ich bin schon gleich nah raus. Ich bin nur noch kurz rausgegangen, weil ich nicht schlafen kann. Ja, Nico. Also das Problem war ja bei mir bei dem einen Außenposten immer diese Munitionsprobleme, weil ich Vogel bis zu diesem Zeitpunkt nicht gecheckt habe, weil ich ja der Horstie Gaming bin, dass man seinen Waffengürtel verbessern kann. Ah ja. Oh Gott. Ja, der Waffengürtel verbessern und was ganz, ganz wichtig ist, das ist, so schnell du es kannst, das Portemonnaie, damit du mehr Kohle mit dir... Ja, ja, also ich bin schon auf 6.000 oben, glaube ich. Ich glaube, mit der 5... 4 oder 6... Ich glaube, 6.000, glaube ich schon. Am Anfang beginnst du ja mit 1.000 oder 2.000. Ja, ja, 1.000, genau. 1.000, ja. Nee, aber irgendwann kannst du dir ganz einfach auch die Waffen nicht mehr leisten und die Schredder, die ich dir empfohlen habe, diese Knarre, hol die dir so schnell wie möglich. Sie macht einfach nur richtig Spaß. Ja, ja, ich bin hier schon auf der Suche. Also es werden auch einige Folgen kommen, wo das nicht so ist, weil ich ja vorproduziert habe. Aber in der nächsten Aufnahmesession mache ich mich sofort an den Schreiber an. Mal schauen, wo es den jetzt gibt. Ich glaube, der gibt es eh bei ihr, bei der komischen, dessen Name mir auch immer nicht einfällt, weil die hat keinen Namen. Das ist eine Spezialwaffe, die musst du freischalten. Die kriegst du, glaube ich, erst, wenn du eine bestimmte Anzahl an Sendetüren freigestaltet hast. Okay, cool. Dann bekommst du die erst. So, Leute, wisst ihr, was ich mache? Alter! Ja, voll. Ich mache jetzt... Mal sehen, einen Spieler wieder machen. Ich muss jetzt... Gezwungenermaßen muss ich jetzt unbedingt einen Kackstift machen. Weil... Oh. Ich muss unbedingt nämlich wohin und ich muss meinen Berg wieder finden. Weil da gibt es nämlich extrem viele Bäre davon. Nur, wo schätze ich denn hin, dass er nicht stört? Wohin nimmst du uns per Facecam mit? Ja, genau. Bei Casefam, genau. Nein, ich meine, wenn du wohin musst, musst du uns per Facecam mit? Nö, na, so da... Nö, na, sicher nicht. Hallo? Das ist das... Das geht... Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Unglaublich. Honk, hast du noch... Sissi, 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 sissi... Ich habe es gerade eben mal erwähnt, wegen dem Klingelton von deinem Leiter. Gibt es das? Ich habe einen. Ja, das war so geil. Genau, ich wüsste gar nicht, wie man sowas macht. Das musst du bei der Auditorte einspielen oder so. Ja. Genau, ja, das... Das war so geil, als der Kevin hier in Haaren... in Hamburg war. Und dann hat sein... Es hat sein Handy geklingelt. Achso, geklingelt. Und er auf einmal... Wir sitzen da unten, das Spitaler Straße, auf dem Platz und trinkt unser erstes Bier. Und er wird auf einmal brüllt, aus seinem Handy brüllt auf einmal... Leute! Ich dachte, sowas nie hätte es los. Das war so kultig. Was mache ich? Es war sowieso urig. Also unser Stand des Treppen hier war der Hammer. Cool, Kevin! Oh ja, Freund. Horst, Horst, das nächste Mal kommst du hier nach Hamburg. Wirklich? Mein Bruder ist gerade in Hamburg. Den kenne ich nicht. Ich auch nicht. Ich meine, ich schon, aber ich bin nicht dabei. Ich kenne meinen Bruder nicht. Horst, was bringst du denn den Honk mit? Das wird er schon sehen. Passt der Schutter mit Butter. Passt der Schutter mit Butter. So, ich muss jetzt da irgendwo runter. Ich muss nämlich ganz runter. Ich glaube, wenn wir mal nach Hamburg kommen, also vielleicht der Tobi und ich, dann das wird auch geil. Aber das wird so schnell leider nicht passieren. Ich dachte doch schon, wir gehen unten an die Elbe, gehen wir zum Grillen und fahren mit dem Boot durch die Pläte. Mit lauter Mucke drauf und dem Kasten Bier hinten drauf. Ja, das macht Spaß. Da gibt es ja irgend so ein Lied, irgendwas mit einem Kasten Bier, irgendwas mit einem Kasten Bier gibt es da. Irgend so ein Lied. Ich fahrt mir aber jetzt nicht ein, wie das schnell geht. Ich nehme Bier auf Hawaii. Irgendwas mit Bier auf Hawaii oder irgend sowas. Ich höre Bier auf Hawaii. Es gibt kein Bier auf Hawaii. Genau, es gibt kein Bier auf Hawaii. Ah, ist das alt. Digga, da haben meine Eltern schon geschnackt. Ja, wie... Was? Haben sie mich dazu gezeugt? Was zur Wölle? Ich habe hier immer so viel Durst. Ach, du meine Jüte. So, jetzt bin ich da mal unten und jetzt da grabe ich mich. Ich habe keine Leitern. Leiter! Leiter! Wir brauchen Leiter! Ja, ich schaue deine Videos jetzt fast jeden. Na, aber das Meisterwerk von mir, Leiter heite, viele breite Leitern. Ja, irgendwas war das mal. Ja, irgendwas war das mal. Aber ich habe mir geht keine Leitern. Das ist aber wirklich blöd. Ich habe auch fast keine Ahnung. Mal sehen, ob ich heute den, wie heißt das, neue Viech mit 1,19 sehe. Der Barot, oder wie? Ja, weil ich glaube, ich bin unten drunter, obwohl ich eigentlich terraformen wollte. Soll ich mal Locate Deep Dark machen? Ne, würde ich niemals machen, das wäre ja nicht mehr. Cheat, 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 ist hier nicht erlaubt. Cheat, 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 niemals. Niemals. Ne, 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 ne. Wie man alles selber verdienen, Leute. Ich habe doch eben zwei, habe ich eben nicht zwei Öfen gebaut? Leuchte, wo sind meine Zeugelöfen? Öfen? Öfen. Machen Sie sofort die Tür öffnen. Honk, heute habe ich mir aber schon gedacht, ja, als du das, also ich mir heute eine Folge von Fallout geschaut habe, heute, habe ich mir gedacht so, Honk, habe ich mir auch gedacht, hat der jetzt wirklich den Fox da alleine zurückgelassen? Dabei war er ja eh mit. Also ich habe genau dasselbe gedacht. So den Fox, meinst du? Fox, ja, ob du den nicht wirklich zurückgelassen hast, habe ich mir auch gedacht. Dabei war er eh mit, aber der war nirgends zu sehen, als du gegen diesen Wachboot gekämpft hast. Oder wie ich es gerne sage, Wochbad. Ach so, ich verstehe, welche Situation du meinst. Ja, genau. Alter, Leute, ich habe hier voll die Phalanx von Brenngeschichten. Unten zwei Blast-Furnaces in der Mitte, zwei Smoker und oben nochmal zwei Öfen oben drauf. Also die komplette Phalanx an Brennmaterial. Phalanx? Das ist schön, ne? Hm, das ist... So habe ich das noch nie betont gehört. Äh, äh, die Einheit dann? Die Phalanx. Die Phalanx. 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 Nee, so betont habe ich dieses Wort aber noch nie gehört. Eigentlich für... Also... All real? Nee, vom... Also von dem Themengebiet, wo ich mich immer beschäftige, da heißt es immer Phalanx. Also Phalanx. Ja, Phalanx heißt es eigentlich. Oder Phalanx oder Phalanx. Oder Phalanx. Aber auf Boarisch müsste das Phalanx heißen. Phalanx. Ich kann es jetzt gerne für Phalanx nennen. Ach so, der Schnee... Leute, der Schnee macht so viel Lärm. Wenn er... Der Schnee macht... Der Schnee macht so viel Lärm, wenn er zergeht, also wenn er runter tropft. Deshalb denke ich mir, was ist das für ein Viech, denke ich mir. Weil Phalanx macht die Katze die ganze Zeit. Mich hat das gerade an einen Kollegen erinnert, der früher sehr, sehr viel gekokst hat. Der hätte auch sagen können, bei mir macht hier der Schnee so viel Lärm, wenn er gerade so voll war oder so. Der Schnee. Ja, ich glaube, ich habe gerade meine Schilder kaputt gemacht. Totaler Phalanx. Welche Schilder? Du bist doch eh schon einer. Wollt ihr den totalen Honk? Nein! Oh, sieh jetzt her, ihr lieben Leiter. Ich habe Tropfsteine gefunden. In meiner Mine. Essen. Auf der Stelle auch. Und da ist der Enderman von vorher. Ja, servus. Also da hast du ja in der einen Folge, die ich heute geschaut habe, Honk, wieder vorlaut. Da war ja endlich wieder mal der verfluchte Teller unterwegs. Ja, die Talon Company, ja. Wahnsinn. Ich will deinen Kopf auf einen verfluchten Teller. Aber ich habe sie nicht gehört. Ja, die Musik war zu laut an der Stelle. Ich erinnere mich an das, äh, an das, äh... Nö, nö, das ist eine Folge, wo, wo kein Game Sound war. Ich glaube, ich habe es je nicht gehört, was sie gesagt hat. Schade. Äh... Ich glaube, ich gehe jetzt vielleicht mal wieder zurück, weil hier ist eine... Ist ganz viel los mit ganz vielen Monstern. Sitz, Linge. Sitz, Linge. Sitz, Linge. Sitz, Linge. Jetzt glaube ich gleich mal versuchen, ich werde gleich mal versuchen, den Horstie zu finden. Ja, da wirst du dich lang suchen. Einfach nur drüben, auf der Eisfläche, überall, da bin ich irgendwo, streife ich da herum. Aber ich gehe dann gleich in die Höhle, wenn ich da genügend Holz zusammen habe. Denn ich brauche einen Crafting-Tisch. Ah, ich habe hier einen Crafting-Tisch. Ja, ich glaube, ich mache auch mal eine Tour rüber zu dir, Horstie. Ja, kommt alle zu mir. Dann machen wir Gruppenkuchen. Wir sehen, ich will sehen, wo du wohnst. Das ist... Nein, ich will kein Gruppenkuchen schon mit groß. Erwartet mal, weil dann könnte ich... Weil dann könnte ich, wenn man ein bisschen Obsidian mitnehmen für ein Neverportal. Oder? Ein Neverportal? Ähm... Was wollt ich jetzt? Ja, weil ich glaube, durchs Eis zu reisen ist nicht gerade angegeben bei uns. Wichtigste habe ich eigentliche Stämme auch. Ach, nö, eigentlich nur 19 Stück. Somit kann ich da... Ein Stack bringe ich da raus. Wie auch Eichelstämme. Eichel oder Eichel? Eichelstämme. Das... Also, ich meine... Ich meine, ähm... Leiter von Heidel. Äh, es tut mir leid. Ich weiß nicht. Irgendwie, wenn der Horstie am Start ist, dann ist es immer so, dass mein Niveau... Vielleicht nochmal... Das hat nichts mit Horstie zu tun. Gott sei Dank. Boah, jetzt kann ich besser schlafen. Nein, der... Der... Der Horstie macht das... Jetzt habe ich... Jetzt weiß ich, wo die zwei Öfen geblieben sind. Ich bin doch ein Öfen. Aber das ist wirklich... Es ist nicht so, dass du mich beeinflusst, Horstie, aber es ist komisch. Äh, es ist automatisch so. Wenn ich... Wenn du da bist... Ich habe eine Glocke hier. Horstie! Na, nö, nö. Weg mit der Glocke, bitte. Ich habe einen Trauma. Glockentrauma. Ich habe einen Glockentrauma. Es ist so. Wahnsinn. Unglaublich. War aber schon dezidiert. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie heute so das Niveau der Folgen ist. Könnt ihr schlafen? Ja, ja, ich kann immer schlafen. Warte mal kurz. Ich brauche da. Das ist gut. Das ist... Der ist so. Das ist... Das ist schlecht. So. Äh, warte. Also, Horstie, du hast eben... Du hast eben sofort... Also, sofort gleich bei allen den vielen weiblichen Zuschauern hier sofort einen Stein im Brett gehabt, ne? Was? Wenn die nämlich fragen so... Kannst du mit mir schlafen? Ich kann immer schlafen. Ja. Äh, ja. Und ich bin ein Vogel, äh, denn ich habe jetzt mein Bett oben. Ich, äh, ich brauche nicht mehr lange. Ja, ich habe mein Bett vergessen. Wie war das? Ich brauche... Ich brauche Kohle. Ich bin ein Pudel. Ich bin ein Pudel. Nö, das geht anders. Das geht nicht. Ich puttel mich hier durch, weil ich bin ein Pudel. Ich bin ein Pudel. Pudel mit Kugeln. Und jetzt... Ah, Leute, ich brenne. Nö, Leute, ich werde gleich aufgefuttert, glaube ich, von den Zombies, weil ich kann... Ich kann... Rauchen. Und das. Warte mal, dann... Äh, äh, time-sit-day. Ja, Peter, ja. Ich muss mir sowieso... Ich brauche Schafe. Leute, ich brauche Schafe. Alles klar. Leute, ich brauche Schafe, sonst kann ich nicht schlafen. Genau. Es ist so. Leute, ich brauche Schafe, sonst kann ich nicht schlafen. Na, 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 na. Oder beginne Melodie. Na, 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 na. Hey, 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 hey. Ich brauche Schafe. Oh, Wahnsinn. Sonst kann ich nicht schlafen. Das heißt, brauche ich aber wirklich Schafe. Horst, wenn du Bock hast, ich habe sogar eine Schere für dich. Äh, wo habe ich die denn? Oh, danke, eine Schere kann ich mir immer kraften. Aber ich brauche einfach nur Wolle. Ich brauche einfach Schafe. Ich brauche dich an meinen Schafen bedienen. Servus, du Feiner. Ja, du bist der ganzer Feiner. Blöde Skelett. Entschuldigung. Das ist schon, du meinst, du bist mich. Nö, das Skelett hier. Weil ich dir so ein geiles Angebot mache. Ja, du bist der Feine und so. Der ganzer Feiner. Oh, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn, sowas. Das geht mir vorher nerven. Nichts zu sehr, Leute. Oh, mein. Oh, mein. Yo, mein. Leiber. Da gibt's ja auch so ein Lied. Yo, mein. Yo, mein. Da, 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 da. Oh, mein, oh, mein. Ja, genau. Oh, Lieber. War das Feindling? Nö, das war das nicht der Hubert von Gäusern? Hubert von Gäusern. Ja, genau, genau, genau. Ah, K. Hirta Madl. Genau, Hirta Madl. War das. Bosti. Hä? Hast du schon mal Skyrim gezockt? Ja, hab ich schon gezockt. Es gibt einen Drachen, äh, den man fangen muss, storytechnisch. Okay, gut. Das weiß ich noch nicht. Und der sagt einfach, äh, der sagt einfach, yo, my. Echt? Ja, das stimmt. Das stimmt. Das, äh, da hat man was verlinkt. Das muss ich auch wieder mal zocken. Wirklich, also, das ist ja ewig nicht mehr gezockt. Das ist mir so aufgefallen, ne, der, 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 also, äh, leider im, äh, Englischen sagt er Joe May. Ah, okay. Also, das ist ein bisschen... Nee, aber Joe May, äh, und das wird dann da angezeigt, so als Schrift, äh, als Untertitel. Das finde ich, das fand ich auch geil. Also, Leute, nur... Äh, Huberti? Ja? Wo, von wo aus muss ich los bei Honky Island? In welche, in welche Richtung? Äh, du müsstest, äh, wartet mal kurz. Normalerweise müsstest du, äh, nach Osten. Ich glaube, nach Osten, wenn ich jetzt, äh, mich nicht alles deutscht, Osten. Oder du sagst mal über die Koordinaten, das geht auch. Also, du müsstest, also ich glaube, dass du sogar von Honky, äh, seine Insel, äh, sicher meine Kackstift schon sehen müsstest. Also, ich, ich sehe hier von dir aus sicher den, den Kackstift von der Mine, aber, äh... Also, ich meine den Kackstift vom Berg oben. Das macht das nicht besser. Er steht da auch wieder. Also, wenn das, wenn das wirklich so ein richtig hoher Berg ist, mit dem zugefrorenen See, dann weiß ich, wo der ist, der ist aber ziemlich weit weg von Honky Island. Nö, der ist drüben, ich bin einfach nur rüber geschwommen. Also, mit dem Boot natürlich. Ach so, ja gut, das reicht auch. Also, ich, 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 dann, nur wenn, wenn, nur wenn sich ein Pub, mein Publikum jetzt wundert, was ich da mache und im Kreis laufe, ich suche nach Schafe, Leute. Ich renne nicht grundlos herum, ja? Also, nur zur Info. Irgendjemand erkundet hier neue, irgendjemand erkundet hier neue Gegebenheiten, weil ich nachher glaube ich bin ja jetzt halt hier gerade unterwegs. Ja, ich bin ja auch gerade unterwegs, aber ich glaube, das müsste schon entdeckt werden. Äh, vielleicht hinten. Also, momentan schwächelt der Server ein bisschen, falls wir euch runter. Ja, er baut Blöcke wieder auf, die ich abbaue. Ja, das Problem kennen wir schon. Ah, ich sehe, ich sehe den riesigen Kackstühn. Ah, ich sehe den riesigen Kackstühn. Ich sehe den riesigen Kackstühn. Oh, also, äh. Ah, Alter. Boah, jeder Block, den ich abbaue, baut sich wieder auf. Sagt nur, ihr erkundet jetzt beide, also Horst, die und Kittenkurm, ne? Nein, ich bin hier beim Horst, die, ich sehe den Kackstühn. Okay. Ja, das hört sich immer noch besser an. Nein, äh. Ja, bei mir bohrt sich das auch alles wieder auf. Dieses Wort hab nie. Horst dies Kackstühn. Ja, das hast du nicht erfunden, das bin ich gewesen, ja. Ja, ja, nö, der Kackstühn war komplett honk seine Idee. Nein, eigentlich war das Gronkhs Idee. Okay. Gronkh hat zum ersten Mal Kackstühn gesagt. Das ist Song Gronkh. Also, ich kenne mich nicht. Äh, wartet mit kurz. Und der Gronkh hat mal gesagt. Ich fühl mich so einsam, ich hab die Musik nicht an. Ich bin gerade am, ah, da ist mein Kackstühn, mein Stachkifft. So. Also, wenn hier ne, äh, hier in der Aufnahmesitzung wird ja wahrscheinlich ne Gastmusikfolge sein. Die widme ich diesmal Hubert von Gäusern. Ja. Wunderbar. Äh, Horst, wie, äh, wer kifft? Ich war übrigens mal kurz davor, jetzt in den letzten Tagen mal von der Folge Minecraft den bayerischen diatonischen Jodelwahnsinn reinzubringen, ne? Ah, ja. Äh, ja, da war ja auch mal was. Wir kiffen. Da gibt's das Lied vor dem Stefan Raff. Wir kiffen. Oh, hör mir auf mit dem, hör mir auf mit diesem unsympathischen Kackstühn. Ich hasse ihn auch, ich mach ihn nicht. Ich find die Verarschung, er wird aber ganz gut von diesem einen da, Komiker. Ja, 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 ja. Ja, der Dings, der, der, der Gerhard Pold ist auch gut, also. Ja, das ist ja kein Deutscher, das ist ja kein Deutscher. Ja, okay, das stimmt, ja. Ich komm schon, ich wollte, ich will ja wieder ein bisschen moderater wirken hier. Ich will ja nicht, dass ein falscher Eindruck von mir entsteht, ne? Äh, warum sollte das ein falscher Eindruck sein? Die Leute kriegen genau den, die Leute kriegen genau den richtigen Eindruck von dir. Ich steh jetzt hier übrigens auf, äh, Keith Richards und grab den Back. Ich muss mir da sowieso einen Aufgang schaffen. Ich bin ja da Herr Kittenkurbler, äh, Kittenkurbler, ja, sorry. Herr Kittenkurbler, Herr Kittenkurbler, äh, es gibt so viele, es gibt so verdammt viele Variationen von Herrn Kittenkurblers Namen inzwischen. Herr Kittenkurbler, äh, 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 Kittenkurbler. Vielen Dank.